Das sind Änderungen in der Prozesskette, es sind Änderungen in der Logistikkette und bei vielen dieser Lösungen spielt nachher doch wieder final der Preis einen Gold. Wir müssen uns umgehen, um unsere Fahrer zu machen und für sie ein Job zu machen, das sie lieben. Wir müssen uns umgehen, um unsere Fahrer zu machen und für sie ein Job zu machen. Wir müssen uns umgehen, um unsere Fahrer zu machen und umgehen zu machen und auf die Fahrer zu machen. Vielen Dank.